Tabellen. Und nachdem wir jetzt das Prinzip und das Konzept der Properties kennengelernt haben, wollen wir einen Schritt weiter gehen und wollen uns mal angucken, wie man das einsetzen kann. Zunächst mal am Beispiel von Tabellen und eine solche tabellarische Darstellung, die kennen Sie natürlich, wie sowas aussieht. Da werden zunächst mal irgendwelche Daten festgelegt und diese Daten wollen wir dann in einer strukturierten Form darstellen. Das könnte dann zum Beispiel hier so aussehen. Hier sehen wir eine Tabelle bestehend aus drei Spalten und dann mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Datensätzen, also acht Zeilen, wenn man die Beschriftungszeile nicht mit dazu rechnet. Und wie die Darstellung oder die Repräsentation einer solchen Tabelle in JavaFX aussehen kann, das gucken wir uns jetzt einmal gemeinsam an. Dafür gibt es also zunächst mal eine passende Komponente, nämlich die TableView. Die können wir also in unsere JavaFX-Anwendung integrieren. Aber damit wir überhaupt mit einer Tabelle arbeiten können, brauchen wir natürlich auch passende Daten. Und deswegen fangen wir, bevor wir hier über die Komponenten sprechen an, damit an, dass wir uns mal angucken, wie die Daten aussehen. Ich habe da schon mal eine Klasse geschrieben, die wir hier als Basis verwenden wollen. Das ist eine Klasse Person. Und die Aufgabe dieser Klasse Person ist einzig und allein dafür zu sorgen, dass die Daten auch repräsentiert werden. In dem Fall sollen unsere Daten sich aus drei Informationsblöcken zusammensetzen, einem Vornamen, einem Alias und einem Nachnamen. Und wir haben ja eben die Properties kennengelernt, eben haben wir mit einer Double Property gearbeitet. Jetzt arbeiten wir hier mit einer String Property, die, wie der Name schon impliziert, jeweils in der Lage ist, ein String, eine Zeichenkette zu repräsentieren. Und wenn wir diese Klasse uns angucken, dann macht die nichts anderes als das, was wir eben bei den Properties gesehen haben, nämlich für jede dieser Properties die entsprechende API zu entwickeln. Also eine Setter-Methode, Set-Vorname, eine Getter-Methode, Get-Vorname und eine Zugriffsmethode auf die entsprechende Property. Und das machen wir nicht nur für den Vornamen, sondern zusätzlich für den Alias und für den Nachnamen. Außerdem habe ich hier noch einen Konstruktor bereitgestellt, bei dem wir ein Personenobjekt initialisieren können, indem wir Alias, Vorname und Nachname hineinstecken und damit unsere entsprechenden Properties initial befüllen. Das heißt also, damit hätten wir zunächst mal rein eine Struktur, mit der wir unsere Daten repräsentieren können. Jetzt gehen wir also zurück in unsere JavaFX-Anwendung und ich entferne mal die Komponenten, mit denen wir uns bisher beschäftigt haben. Die brauchen wir nicht, die können wir hier wieder rausschmeißen und tatsächlich können wir jetzt an der Stelle nochmal wieder mit einer Stackpane arbeiten, weil wir ja nur ein einziges Ding darstellen wollen, nämlich diese Tabelle. Bevor wir aber zur Tabelle kommen können, brauchen wir erstmal ein paar Daten und das machen wir mit einer solchen Observable List. Sie erinnern sich, die haben wir vorhin schon kurz gesehen, als wir über die Combo Box gesprochen haben. Bei der Combo Box war es tatsächlich so, dass wir ja auch die einzelnen Elemente in Form einer Observable List dargestellt haben. Das war auch so eine FX Collections Observable List und die Observable List ist natürlich auch eine generische Klasse. Das heißt also, wir müssen ihr sagen, welche Elemente denn da drin stecken sollen und wir wollen gerne eine Liste von Personen erzeugen. Die Schnittstelle zur Observable List ist natürlich sehr ähnlich zu der, die wir auch kennen von der regulären List oder von der Array List. Insbesondere gibt es eine Methode Add, mit der wir einen neuen Datensatz, ein neues Element in die Liste einfügen können. Und das habe ich hier jetzt mal für drei Personen gemacht. Dann ist unsere Tabelle nachher nicht ganz so voll wie in dem Beispiel, was ich eben gezeigt habe. Aber ich denke, das grundsätzliche Prinzip kann man hier schon erkennen. Also einmal Professor X wäre der Alias, Charles wäre der Vorname und Javier der Nachname. Und dieses Personenobjekt fügen wir dann in unsere Observable List ein. Und da sehen wir natürlich schon, dass wir eine Verbindung haben. Wieder einmal zu dem Beobachtermuster, wenn unsere Liste beobachtbar ist, dann ist natürlich auch zu hoffen, dass davon unsere Tabelle nachher abhängen kann. Das heißt also, wenn sich die Daten in unserer Liste verändern, dann kann diese beobachtbare Liste ein Signal aussenden. Ich habe mich verändert. Es ist beispielsweise ein neuer Datensatz dazugekommen und optimalerweise ist in dem Fall die tabellarische Darstellung der Beobachter dafür. Wir werden später sehen, das ist natürlich auch genauso. Und dann kann diese Tabelle automatisch aktualisiert werden, ohne dass wir uns da im Detail drum kümmern müssen. Jetzt haben wir schon ziemlich viel über die Tabelle gesprochen. Fangen wir doch mal an, die Tabelle zu integrieren. Und dazu gibt es, wie gesagt, eine passende Komponente in JavaFX. Das wäre die TableView. Ich habe eine variable Tabellenansicht vom Typ TableView konstruiert. Auch die Tabelle muss wissen, was denn der Typ der Elemente ist, die da drin stecken. Und da wissen wir ja, das sollen Personen sein. Und diese TableView wollen wir jetzt mal gleich in unseren Szenengrafen einfügen. Das heißt, wir lassen uns die Liste der Kinder geben und fügen dort unsere Tabellenansicht ein, sodass wir die Tabelle dann schon mal in unserem Szenengrafen drin haben. Wenn wir jetzt unsere Anwendung starten, ist das natürlich insgesamt alles noch relativ langweilig, weil wir zwar einerseits Daten angelegt haben und andererseits eine Tabelle, aber die beiden noch überhaupt nicht miteinander in Verbindung gebracht haben. Das heißt also, wenn wir uns jetzt die laufende Anwendung angucken, muss ich nochmal wieder kurz aus der Vollbildmodus rausgehen. Wenn wir uns das Ergebnis hier angucken, dann sehen wir erstmal nur keine Spalten in der Tabelle. Das ist also eine Fehlermeldung von JavaFX, die besagt, ich habe noch gar keine Informationen in der Tabelle. Ich weiß zwar, dass ich hier irgendwie eine Tabelle darstellen soll, aber ich weiß nicht, welche Informationen da drin stecken. Das heißt also, als erstes müssen wir verknüpfen die tabellarische Darstellung mit den enthaltenen Informationen und das machen wir über die Methode SetItems. Hier habe ich jetzt noch einen alten Code, dann nehmen wir jetzt direkt unsere List Personen, die dort eingefügt wird. Das heißt also, unsere Tabellenansicht weiß jetzt immer schon mal, sie soll Personen darstellen. Wie das gehen soll, weiß sie allerdings noch nicht. Unser Personendatensatz ist ja so aufgebaut, dass hier irgendwie drei Informationen drin stecken, aber welche dieser Informationen in die Tabelle sollen und wie, das müssen wir ihr tatsächlich auch noch beibringen. Und das geschieht dadurch, dass wir Spalten konstruieren und für jede Spalte sagen, welche Information aus einem Datensatz soll denn da jeweils zum Einsatz kommen. Und Spalten in einer Tabelle sind diese Table Columns und die Table Columns sind einmal mehr generisch und was wir hier sehen, ist, dass die tatsächlich zwei Typvariablen haben und die sind hier in dem Beispiel belegt mit Person und String. Und der Grund dafür ist der folgende, wenn wir jetzt diese Personen, die ja in uns diese zugrunde liegende Daten sind, wenn wir die in einer Spalte darstellen wollen, dann können wir nicht das gesamte oder wollen wir wahrscheinlich nicht das gesamte Objekt in die Spalte packen, sondern nur eine Information daraus. Und welche Information soll das sein? In dem Fall eine Zeichenkette, eine String-Information und das geben wir hier schon gleich beim Erzeugen oder beim Deklarieren der entsprechenden Spalte an. Und wenn wir eine solche Spalte angelegt haben, dann können wir der Tabellenansicht sagen, ich hätte gerne, dass diese Spalte mit auftaucht. Ich lasse mir also die Spalten geben. Auch das ist wieder eine Listenstruktur und stecke dort die Alias-Spalte zusätzlich mit rein. Auch jetzt wollen wir nochmal wieder unser Programm ausführen, um zu gucken, was passiert ist. Also im Vergleich zum letzten Mal haben wir jetzt insbesondere schon eine Spalte deklariert und haben diese Spalte in die Tabelle eingefügt. Und siehe da, unsere Tabelle ist schon so ein bisschen weiter vorangekommen. Wir haben hier also eine Spalte und diese Spalte hat tatsächlich oben auch einen Namen. Das sehen wir hier. Das haben wir hier im Konstruktor der Spalte mit angegeben. Was aber weiterhin fehlt, sind die Daten. Und der Grund dafür ist vielleicht nicht gleich offensichtlich. Wir haben doch schließlich die Daten in die Tabelle eingefügt. Also die Tabelle weiß über Set-Items, über welche Daten wir reden wollen. Wir haben aber der Spalte noch nicht beigebracht, wie sie denn jetzt auf die entsprechende Information aus einem Personenobjekt zugreifen soll. Offensichtlich soll in der ersten Zeile oder an der ersten Zelle, in dem Fall der Spalte, dieses erste Personenobjekt dargestellt werden. Also das setzt sich ja zusammen aus Professor X, Charles und Javier. Das zweite soll dann Wolverine sein und das dritte Cyclops. Aber welche Informationen aus dem Personenobjekt denn jetzt wirklich in dieser Spalte auftauchen, das müssen wir der Spalte noch beibringen. Und das geschieht über eine sogenannte, Achtung, der Begriff klingt etwas kompliziert, eine Sell-Value-Factory. Der klingt kompliziert, ist aber eigentlich halb so wild, insbesondere da wir ja das Property-Konzept schon kennengelernt haben. Wie gesagt, die Aufgabe der Sell-Value-Factory ist ganz einfach, einer Spalte beizubringen, wie sie außer einem Datenobjekt die Informationen extrahieren soll, die in dieser Spalte auftauchen sollen. Und sie erinnern sich, wir sprechen gerade über die Spalte, die sich mit dem Alias beschäftigen soll. In unserem Datensatz würde das bedeuten, dass wir hier für den ersten Datensatz Wolverine, den Professor X übernehmen, für den zweiten Datensatz Wolverine und für den dritten Datensatz Cyclops. Und das eben passiert über eine Sell-Value-Factory. Und jetzt gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man eine Sell-Value-Factory implementieren kann. In den Folien habe ich noch eine weitere Möglichkeit dargestellt. Hier im Video betrachten wir jetzt erstmal nur die Property-Value-Factory als eine mögliche Implementierung einer Sell-Value-Factory. Die basiert natürlich, wie der Name schon sagt, auf dem Property-Konzept. Und das funktioniert ganz einfach dadurch, dass ich sage, ich gehe mal davon aus, dass es innerhalb unseres Datensatzes Person eine Property gibt, die ich mit Alias adressieren kann. Und dazu gehen wir nochmal wieder einmal zurück in unsere Klasse Person. Da haben wir gesehen, dass es tatsächlich drei Properties gibt, Vorname, Alias und Nachname. Einer davon heißt Alias und die muss dann gemeint sein. Sie erinnern sich, Properties arbeiten nicht nur mit API, sondern auch mit Konventionen. Und die Konvention besagt ja, dass wenn ich den Namen der Property als Zeichenkette kenne, dass ich dann auch auf die entsprechende Funktionalität zurückkomme. Und genau das nutzen wir hier aus. Wenn wir also diesen Namen der Property kennen, dann kann das System im Hintergrund zurückverfolgen, wie denn wohl der Getter heißt, vielleicht auch wie der Setter heißt. Wobei der Getter in dem Fall reicht. Wir können also einen Getter konstruieren, der auf das Personenobjekt angewendet wird und dann das entsprechende Feld zurückliefert, Professor X, Wolverine oder Cyclops. Und mit dieser zusätzlichen Information haben wir jetzt also der Spalte beigebracht, wie sie die Informationen aus den Items, aus den eigentlichen Datensätzen extrahieren kann. Und wenn wir uns jetzt wieder das Ergebnis angucken, dann sehen wir, das hat tatsächlich soweit funktioniert. Einfach, um das nochmal ein bisschen zu üben, machen wir genau das Gleiche jetzt noch zusätzlich für die Vornamenspalte. Dazu können wir fast wortgleich das Konzept für die Alias-Spalte übernehmen. Also ich umbenenne mal hier die Variable Alias-Spalte in Vornamespalte. Ganz wichtig ist, dass ich dann natürlich auch die Property anpasse. Hier ist es halb so wild. Das ist der Titel. Wenn ich da was Falsches eintippe, dann steht es zwar falsch in der Benutzeroberfläche, aber das wäre halb so wild. Was aber wichtig ist, ist, dass wir hier diese Vornamenspalte dann zusätzlich in unsere Tabelle einfügen und die Vornamespalte braucht eine Sell-Value-Factory. Auch hier arbeiten wir mit der Property-Value-Factory, aber die entsprechende Property lautet natürlich nicht Alias, sondern Vorname. Und mit dieser zusätzlichen Spalte in unserer Tabelle können wir jetzt also natürlich auch die überarbeitete Tabelle uns angucken und siehe da, die Vornamen sind mit enthalten. Wir könnten natürlich genau das Gleiche jetzt zusätzlich auch noch für die Nachnamen gestalten. Das heißt also, aus dieser Kombination aus einerseits den Daten beobachtbar mit dem Property-Konzept und auf der anderen Seite der Tabelle, die sich aus um mehreren Spalten, beliebig vielen Spalten zusammensetzt, können wir also mit vergleichsweise einfachen Mitteln sehr schön solche tabellarischen Darstellungen in JavaFX konstruieren.